Hallo, willkommen auf unserem Kanal Schock News. Wir liefern euch tägliche News über berühmte Persönlichkeiten und deren Geschichten aus ihrem Leben. Lasst doch eine Bewertung da und Anregungen in den Kommentaren, was wir besser machen können. Das würde unserem Kanal sehr helfen. Entertainer Thomas Gottschalk coach die Germany's Next Topmodel Kandidatinnen. Doch wer schafft es wirklich, selbstbewusst vor das Publikum zu treten und eine packende Show abzuliefern? Ralf für die Bühne. Darum geht es in der neuen Ausgabe der Castingshow Germany's Next Topmodel. Unterricht in Sachen Unterhaltung bekommen die Kandidatinnen dabei von Gastjuror und Entertainer Thomas Gottschalk, 68. Gemeinsam soll aus den bisher unbekannten Talenten der Nachwuchsmodels die Perfekte. Unterhaltungsshow inszeniert werden. Ich behaupte, dass jeder Mensch irgendeine Form von Gabe hat. Die er über die Bühnenrampe bringen kann, erklärt der erfahrene Showmaster. Diesmal geht es aber nicht nur um den perfekten Bühnenshow-Act. Die Kandidatinnen müssen außerdem ein tierisches Fotoshooting über sich ergehen lassen. Fotograf Brian Bowen-Smith nimmt die Jungmodels als Stars in der Manege auf, mit lebenden Reptilien. Welche Topmodel-Anwärterin kann die Angst vor den Tieren überwinden? Welche tritt selbstbewusst vor das Publikum und liefert eine packende Bühnenshow ab und wer packt trotz Gottschalks Profi-Coaching auf der Bühne? Und wer muss seine Koffer packen? Zu sehen gibt es die Antworten auf diese Fragen in der nächsten. Folge von Germany's Next Topmodel, bei Heidi Klum, die am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird. Besonders mit seinem Liebesleben sorgt Thomas momentan für Schlagzeilen. Das plötzliche Ehe-Aus von seiner Tier hat nun wirklich keiner kommen sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn euch die Videos gefallen, so lasst doch dann ein Like und ein Abo da. Vielen Dank!